weiter geht's mit vollpfosten und vollpfosten und mir und mir dem vollpfosten jetzt mal nur laufen 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 wenn ich hier nur ein auto nehmen kann dann kann ich sein man nicht mal zum kippen stoppen hier ja das ist echt wie der fall so die hund gewesen ich fast gebissen warte mal kurz ganz wichtig ist ich muss mal ganz kurz an meine keksdose oh nein so jetzt kann es weitergehen da muss ich jetzt mal was essen das fällt nicht auf hmm lost you Feindpräsenz entdeckt. Ach, cool. Nicht mal Kekse kann man vernünftig essen hier. Ihr Bastarde, seid tot! Ihr Bastarde, seid tot. Wixi, der hat dich Bastard genannt. Vor allem gleich mehr zahlt. Wie gemein. Der meint, du bist... Guck mal, das kommt dann wieder hier. Der meint, du wärst dick. Boah, unversch... Dicke, 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 dicke. Ich hab gesagt, ich bin dicker Dan, doch. Dick. Oh, Mann. Verschwimmende Sicht. Oh, ihr Wixi macht mal eine Tür auf. Zivilisten sind in Sicherheit. War ja gut gemacht. Ganz klar, der schwarze Mann macht schwarzen, schwarzen die Tür auf. Aber weiß nicht, der ist nicht aufgemacht, aber wie. Ey, Homie. Nee. Ist eine Kiste in der Ecke. Wirst du mal weg mit deinem Lümmel? Willst du ihn noch im Mund haben, ey? Lümmel. Du Lümmel. Oh, ein Segelist. Hallo. Ja. Es製anner schluss. Ah, das warsch. HaR! Das vor jaki... Das Nil stand, den가지고.. Das ist ein Aquarium. Lauf! Lauf! Der Greif ist ganz so anders. Ich hoffe wir greifen jetzt die Feindhase an. Ich weiß noch nicht wie der Graf wieder hoch gekommen ist, aber... Na los! Schaltet sie aus! Wenn wir da oben angekommen sind, ist das schon alles abgeschossen. Wer denn alles stärkt? Ich muss das durchstehen! Feindliches HQ neutralisiert. GTF-Leitstelle informiert. Waffenteil. Waffenteil. Ne Skar, ey, cool. Wollen wir mal testen. Neue Handschuhe. Die Skarie wollte ich jetzt mal testen. Gar, wo ist die Skar? Da ist doch. Tschö. Raus, raus, raus. Ich hab mich verdrückt wieder. Ich war verdrückt. Ich wollte mal eine Kicksele weiter essen. Ich hab immer dieser Stress hier. Rufen wir vertreten. Da ist ein Nebeneinsatz. Wollen wir Nebeneinsatz oder was? Der eine läuft links, der andere läuft rechts. Wohin müssen wir jetzt? Na hier. Hier ist der Nebeneinsatz. Es gibt noch viel zu tun, Agent. Falls du das Leben hierher zurückschaffst, haben wir eine Kleinigkeit für dich. Und falls nicht, wünsche ich auch schon, wem ich sie sonst gebe. Ich sehe, die Sache praktisch ist alles. Over. Ey, hier, aus dem Weg hier. Oh, das ist mal... Oh, das ist mal... Die drei Ratten laufen rein, eine Ratte lauft raus. Und das mein ich nicht, Wixi. Hahaha. Läuft mir hin? Oh, da läuft mir hin. Wo soll der zur Operationsbasis vollkehren? Ich hab doch den Nebeneinsatz eingehört. Ich hab doch den Nebeneinsatz eingehört. Das hab ich auch gemacht. Müssen wir da hinten... Ne, da da rein? Und das ist ein Postamt irgendwie. Ich hab auch gerade gemacht. Wo ist denn das Postamt? Verschinden hinten hinter dem Haus vielleicht? Meiniers? Wo ich mir da rein? Ja. Der hinter mir. Da draußen. Du bist so re specialized. Du bist so reinger clash Von reingrain. Wo der Zeit Blau irgendwas übernahm 지 teen Jane唆 Wir hinten sind ganz links so eine So eine Tussi. Da musst du dann irgendein Einsatz abgeben oder abnehmen oder sonstot. Was weiß ich heute hier? So reinkommt drittend das Reingau. Und da swo installed das sind. na dann das war's glaube ich dann schon mit dem großen neben einsatz also greifen wir jetzt hier noch das massive irgendwas an ja weiß ich gerade nicht was jetzt noch so zu machen ist ich bin das auf die karte was haben wir jetzt noch wir noch für ziele von einsatz wir hatten noch ganz 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 unten recht es fällt aber das haben wir schon abgeschlossen oder was die urs forschung haben wir noch ganz unten rechts ich habe das gesehen ja da kommen wir noch hinlaufen oder sonst hat der greifer sowieso alle habe ich alle nebenmissionen gemacht die feindbasis angreifen habe ich noch wussten hier kein patzen siehst du das nicht wenn ich das anders siehst du das nicht oder was ich glaube nicht ja doch kein patzen kann ich aber so weiter weg du bist ein goldstöckermus wie jemals ohne dich durch den winter gekommen ist wir haben wir den kampf da was wir machen bei virusforschung wobei virusforschung ja ok alles in ordnung das wird so gut wenn man läuft da kann man jetzt ein paar kekis essen man will noch dieses autolaufen was mir so ein bisschen was was mir im spiel noch nicht so gut gefällt dieses von a nach b laufen und währenddessen irgendwie nicht viel gegner zu haben da kommen ein paar auf uns zu bisher also bisher ist es mir in der open beta meine ich das stückchen was wir jetzt machen gerade wir laufen und da ist nichts sieht zwar schön aus aber das ist echt so open beta hier ist noch ein echo wer will die hier hier steigung und aber hier hier zum gaben amal x-fammer hier oben das ist schon fast der mutter hinterlässt man auch und auf dem kauf ja gemacht sie ist nur dich finden auch durch die starke hinter uns ist er noch das mit dem auto rumläufst du hast du echt eine fußspur das mit dem echo das kenne ich auch so ein bisschen so kann ich mir den wix wachstum stellen wenn es ums essen geht ich muss mal gucken was der fix noch meint ja aber wenigstens er könnte wagen sich bewegen wenn ich jetzt auf mir mit meinem gewicht woher der schießt die graf schießt die leute ab aber das macht es schon allein auch direkt dran vorbei kam doch später cinema hießen schicken kino gelbe säcke wo geht es noch rein müssen wir hier rein oder was keine ahnung du bist zu weit weg wir sind noch da irgendwie hier müssen wir rein wieso du bist heute hinter mir Junge jetzt ja ja Warnung kontaminierte vorräte entdeckt da geht das schon wieder los Alarm kontaminationsscan eingeleitet ein so Ding muss noch sein hier kommen die treppe hoch hier ist ein Teil Alarm kontaminationsscan eingeleitet mit dem gesicht in meinem arsch was ist das denn hier raus da so er wie r hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020